Erstmal freue ich mich mit Karabakh, wenn wir André Lune wieder treffen, der gerade dahin gewechselt ist. Klar, dann zwei skandinavische Mannschaften, Molde, Hecken. Vielleicht ein bisschen vom Namen her natürlich unbekannter Gegner, aber das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen mit Union St. Juarez, wie viel Qualität dann auch solche Vereine haben. Und deswegen, ich glaube, das ist eine gute Gruppe ohne Frage. Wir haben das letzte Jahr erlebt, was die Europa League ausmachen kann, was sie für eine Energie, was Euphorie auch entfachen kann. Und deswegen gehen wir es an, um weiterzukommen. Das ist in Deutschland, glaube ich, grundsätzlich spürbar. Aber was wir auch jetzt hier erlebt haben in den letzten Monaten, war außergewöhnlich. Und das müssen wir übertragen, auch in diesem Wettbewerb. Auch wenn die Gegner jetzt vom Namen erstmal nicht so klingen. Aber was ich schon sagte, das haben wir auch gesehen im Union St. Juarez, wie gut sie dann sind. Und dass wir das auch mitnehmen vom ersten Spieltag an, da was Besonderes kreieren. Und natürlich versuchen wir auch Erster zu werden, weil Löhren direkt eine Runde weiter bist. Das ist die Zielsetzung und mit der treten wir an.